Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video in unserer Fusion Grundlage Tutorial Reihe und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir quasi hier so einen Quaderblock mit einer abgeschrägten Fläche als Blechteil machen können. Das ist relativ einfach, da gehen wir von einem Volumenkörper aus, müssen den dann quasi in den Oberflächenkörper umwandeln und dann an geschickte Stelle schneiden wir den dann auf, können dann in ein Blechteil umwandeln, ähnlich wie bei unserem Kegelstumpf und dann können wir natürlich auch hier dann quasi eine Abwicklung machen. Moment, ich muss mal hier schauen, hier haben wir die Abwicklung, da kann ich hier zum Beispiel die Abwicklung einschalten und dann sehen wir quasi wie unser Quader mit der abgeschrägten Fläche als Rochteil aussieht. So, legen wir mal los. Ich mache mal hier über das Plus-Symbol eine neue Skizze, eine neue Konstruktion. Dann fangen wir hier quasi mit einem Extrusionskörper an. Brauchen wir zuerst eine Skizze. Ich gehe mal hier in die Seiterfläche, in die Seiteransicht rein. Dann können wir mit dem Liniewerkzeug einfach mal unsere Kontur von unserem Quader aufziehen. So, Maße sind hier jetzt mal eigentlich egal. Es geht wirklich nur ums Prinzip. So, wenn wir hier die Fläche erstellt haben, können wir die raus extrudieren. Machen wir am besten hier mit dem Pfeil. So, jetzt haben wir hier quasi unseren Körper erzeugt. Hier haben wir jetzt allerdings noch scharfe Kanten, was bei ihrem Blechteil nicht erlaubt ist. Deswegen müssen wir jetzt, bevor wir weitermachen, zuerst mal hier in unserem Volumenkörper die entsprechende Biegelradie anbringen. So, damit wir hier nachher auch was sehen, jetzt zum Beispiel machen wir mal die Biegelradie auf zwei Millimeter. Jetzt haben wir hier quasi mal an alle vier Kanten die Radien herangemacht. Hier brauche ich sie mal nicht, weil ich müsste dann sonst hier, wird es mal hier zu kompliziert, um hier quasi die Schlitze rein zu machen. Deswegen löschen wir hier dann gleich mal die Fläche weg. So, aber wir haben jetzt noch einen Volumenkörper. Das sehen wir auch hier, wenn wir hier auf Volumenkörper gehen oder auf Körper. Wir haben hier quasi einen Volumenkörper und den wandeln wir jetzt um in eine Fläche. Deswegen wechseln wir hier in den Flächenbereich. Und dann gibt es quasi jetzt hier den Befehl lösen. Den wählen wir mal aus. Müssen wir jetzt dann quasi hier unseren Körper auswählen, sagen OK. Und jetzt wird quasi unser Volumenkörper in einzelne Flächen aufgeteilt. So, und damit wir jetzt quasi hier dann noch heute das Blech abwickeln können, müssen wir jetzt hier einige Fläche löschen, die uns im Augenblick stören. Und das wäre in dem Fall der Boden. Deswegen hier vorne mal die Deckfläche oder die schräge Fläche und oben die Deckfläche. Die löschen wir auch mal raus. Und jetzt haben wir aber hier immer noch quasi einen geschlossenen Mandel. Das heißt, irgendwo muss man auch auftrennen. Und da das hier die Vorderseite ist, die soll relativ hübsch sein, mache ich hier mal die Rückseite auf. Ich könnte jetzt hier natürlich einen Schlitz reinfertigen. Dann könnte ich aber hier oben keine Lasche mehr anfügen. Deswegen gehe ich jetzt mal her und lösche hier einfach den Radius raus. Und jetzt habe ich hier quasi eine offene Fläche, die ich quasi abwickeln könnte. So, jetzt sind das hier aber alles noch einzelne Fläche und die müssen wir jetzt quasi wieder zu einem, zu einer Fläche zusammensetzen. Deswegen markieren wir alle Fläche und dann gehen wir hier einfach auf den Befehl Heften und machen quasi eine Fläche draus. Da kommt hier dann quasi das Heftenwerkzeug. Das bestätige ich damit OK. Und wenn wir hier jetzt quasi eine Fläche draus gemacht haben, hat alles funktioniert. Jetzt haben wir hier quasi eine Oberfläche als eine Fläche und da müssen wir jetzt noch eine Materialstärke zuweisen. Sonst können wir die Blechfunktion nicht ausführen. Deswegen gehen wir hier auf Ersteller und dann Verdicken. Wählen hier unsere Oberfläche an, sagen wir mal Materialstärke 1 mm. Ich sage OK und jetzt haben wir quasi aus unserer Oberfläche wieder einen Volumenkörper gemacht. Das sehen wir hier und den Oberfläche oder den Volumenkörper können wir jetzt auch wieder in eine, in ein Blech umwandeln. Deswegen wechseln wir in das Blechwerkzeug. Gehen dann auf Ersteller. In Blech konvertieren. Wählen dann quasi hier mal eine Fläche aus, die dann nachher fix sein soll. Das wäre zum Beispiel hier die Rückseite. Dann sehen wir, er hat automatisch die Blechdicke erkannt. 1 mm. Wir wählen mal als Material Aluminium aus. So und jetzt haben wir quasi hier ein Blech erstellt. Können wir dem noch schnell eine andere Farbe zuweisen. Nehmen wir mal hier das Grün. Legen das drauf. So. Zuklappen. Und jetzt haben wir hier quasi unser Blechteil. Wir sehen auch jetzt, dass er das Ganze in ein Blechteil umgewandelt hat. Hier im Baum haben wir hier so ein U-Profil. Das ist quasi das Symbol oder das Icon für ein Blech. Und jetzt können wir ja schon mal die erste Abwicklung machen. Deswegen gehen wir mal hier auf Abwicklung drauf. Ich muss jetzt hier eine Fläche angeben, wo ich sage, die ist stationär. In dem Fall für mich ist jetzt mal das Geschick, hier die Rückseite zu nehmen, weil die ist am größten. Dann sage ich OK. Und jetzt wird er uns quasi hier unsere Abwicklung machen. Jetzt haben wir hier quasi das Blech mit den zwei Seitenteilen, Vorderseite und Rückseite. Hier sehen wir jeweils dann heute die Biegellinie und die Biegellinie, wo der Radius aufhört. Und jetzt müssen wir hier natürlich noch unsere Deckel und den Boden machen. Den machen wir über eine Lasche. Gehen wir mal aus der Abwicklung wieder raus. Und das können wir von den vorhergehenden Blech Videos schon. Das gibt es hier den Befehl, nämlich den Flansch. Den wählen wir mal hier an. Und jetzt können wir quasi hier eine Kante auswählen, an der wir jetzt quasi so einen Flansch ansetzen wollen. Da wählen wir jetzt hier mal die Vorderkante an. Und dann kommt hier mein Pfeil. Jetzt kann ich den hier quasi rausziehen. Und jetzt sehen wir hier schon, wie er automatisch uns einen Schlitz lässt. Weil er kann hier an den Radius, kann er ja nicht reingehen. Und jetzt ziehen wir hier quasi den Flansch so auf. Nach den Regeln, die quasi für unser Blech hinterlegt sind. Ich ziehe den jetzt mal bis fast hier ganz ran. Dann sage ich OK. Und jetzt habe ich hier quasi unten den Boden zugemacht. Und jetzt machen wir das Gleiche hier oben noch mit unserer Kante. Gehen wir auch wieder auf Flansch. Wähle hier quasi die Kante aus. Ziehe das hier rüber. Am besten gucke ich hier mal in der Seiteansicht nach, dass ich hier in etwa rankomme. So, habe jetzt hier quasi oben den Deckel gemacht. Sage ich OK. Der ist jetzt dann hier auch durch die Rasterung liegt es hier genau aufeinander. Das passt. Wählen wir wieder unseren Flansch aus. Diesmal wähle ich jetzt hier die obere Kante aus. Fahre mal ein Stückchen raus. Und wenn ich jetzt quasi hier an meinem Drehwerkzeug ansetze, kann ich hier den Winkel einstellen. So, bis es hier passend ist. Und jetzt ziehe ich quasi den Flansch bis hier runter. Lasse hier auch noch mal ein Stückchen offen. Und dann sagen wir OK. Und jetzt haben wir hier quasi unseren Boden eingefügt und hier unseren Deckel. Wenn ich jetzt noch möchte, kann ich hier quasi noch die Kanten abrunden. Da kann ich aufs Abrunde Werkzeug gehen. Gehe hier auf die Kante, dass es nicht ganz so scharfkantig ist. Machen wir mal hier und hier jeweils dann noch mal einen Millimeter ran. So sagen wir hier ein Millimeter. Okay. Und jetzt haben wir hier quasi unser Blechteil wieder geschlossen. Schauen wir uns hier die Abwicklung an, wenn wir die hier aktivieren. Und dann wird jetzt die aktualisiert. Und dann haben wir hier jetzt quasi dementsprechend unsere aktualisierte Abwicklung von unserem Körper. Im Prinzip relativ einfach. Gehen wir aus unserer Abwicklung wieder raus. Haben wir wieder unser fertiges Biegeteil, das wir so dann in unserem Projekt weiterverwenden können. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.